Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es mal um ein Homecave Video. Ich habe jetzt hier insgesamt 35.300 Münzen reingebuttert. Jetzt haben wir hier alle Räume frei. Hier haben wir einmal unser Erfrischungsbecken. Das sieht eigentlich auch gar nicht mal so schlecht aus, finde ich persönlich. Dann haben wir hier drüben unser kleine Schlafzimmer. Auch schön eingerichtet hier mit den Knochen, aber das ist automatisch von dem Raum hier. Die habe ich da nicht hingelegt. Und dann haben wir hier drüben noch einen Trophäenraum. Da weiß ich aber noch nicht, ob der ganz passt. Da sieht ein bisschen klein aus. Dann das nächste Projekt ist hier 100 Trophäen reinzuschleppen. Wir können mal kurz gucken, wie viele wir überhaupt schon haben. Also ich kann euch nochmal hier zeigen, dass auch alle Räume hier, alle im Besitz, alle gekauft. Dann plus diese Sockel hier, dann kommt man auf 35.300 Münzen. So, dann gucken wir mal. Trophäen haben wir 1, 2, 4, 8 Stück. Ja gut, Feno 92. Aber wann genau, das weiß ich auch noch nicht. Also ich werde mich da jetzt auch nicht hetzen. Und dann kommen hier natürlich auch die Dekorationen hier wieder weg, die Brustkörbe, weil ich ja dann den Platz für die 100 Trophäen brauche. Ja, das ist jetzt erst mal so der Plan. Wenn ich Herz zu spiele, werde ich auf jeden Fall Trophäen jagen und die hier abliefern. Und dann werden wir nochmal ein Video machen, wenn wir die 100 zusammen haben. Dann platzieren wir die hier. Und dann gucken wir nochmal, wie wir das mit dem einen Raum hier machen. Weil ich denke nicht, dass da 100 reinpassen. Aber wir werden es sehen. Gut, das war es dann auch schon. Dann wünsche ich euch noch was Gutes. Macht's gut. Gut, das war es dann auch schon.